die könnte ich da hinten reinsteuern hat es oder case zug da ist mit dem ganzen anderen scheiß knowledge ich würde einfach mal ganz kurz nachschauen leute nicht machen auch halt das neueste tutorial dafür schaut los ist hier gar nichts mehr ach ne da müssen erst kisten hinhalten jetzt könnten wir uns darum da der sender im tier chipsets kräfteln ah skelett war so ein arsch offen hallo tschüss ich habe gar nicht daran gedacht dass ihr auch hier seid warum bist du eigentlich noch mal gestorben den eintach weil wir jetzt sechs tote haben weil ich innerpälen wirf gemacht habe und einmal nicht auf mein leben gehaftet habe das ist ja ein lustiger tod das ist ja wirklich ein lustiger schnuckliger tod ja jetzt bin ich überlegen lange pipe zu legen oder ja nischt da kommt sie könnte fertig in keller kommen das geht muss ihr die ganze deck aufreißen das weiß sowieso so leute ich werde hier mal ganz kurz einen cut rein machen und wir sehen uns gleich wieder nicht machen nein nicht tschüss haut jetzt ganz ab von dem wollen wir auch nichts mehr wissen ist ja auch richtig so warum nö war das jetzt nicht richtig hier müssen wir jetzt ah jetzt kommt dieses gefickel los habe ich noch welche von den dingern ja von den basics insert insert whitelist wir brauchen insert und out da kommt der coin raus und rein hier machen wir extract coin den führt er schon mal rein das ist ganz gut alles andere bin hier mal gucken die knowledge soll er hier rein machen ich weiß nicht ob er das über die ding machen kann playlist schon wieder zu ende warum das denn ach so ja die andere war ja so eine kurze nehmen wir das so hier soll er gleich die nuggets rauspumpen da rein pumpen und die kommen dann in den keller jetzt kann ich keine zu latz stellen gar kriegt da ist ein lied zelt zwei stück du bist ein kotkopf zentos ist ein kotkopf und er hört sich jetzt irgendwas an kumio jetzt kann er ganz langsam in ruhe beraten boah 1600 f kommt da gleich zu dann kann er den nämlich vollpumpen die da rein das im keller die knowledge 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 habe ich doch keine hier es gibt ja eine lasershow hat zu wenig strom na gut die ringe von vmk ich weiß nicht ob man die noch umarbeiten kann oder dis irgendwo reinschmeißen kann keine ahnung nur was wichtig sind die knowledge die ich gerade in der hand habe das ist eigentlich crap dafür brauchen wir keinen strom sagen sagen ihm hier insert basic filter reicht knowledge und dann soll er daraus die pages machen kann er nicht machen hast ja nicht genug und die anderen chests sind einfach nur dafür da dass wir einfach einen zwischensprecher haben in der kiste priorität 1 und hier muss beides rein so ich bin auch wieder da ne bitte nicht das problem ist halt wir können die remote oder module und pipes nicht nutzen weil wir nämlich keine ender chest drauf haben dann geht das nicht das natürlich ender punch ender punch das ist natürlich kacke das können wir halt auf den live in the world server nutzen weil wir das da haben aber hier leider nicht und dementsprechend müssen wir das alles mit pipes verbinden pipes oder was soll's hier machen wir dann riechen wir mal was anderes aus insett und das gleiche machen wir hier dann wird er nur flipporino spielen aber das ist schon ganz okay glas 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 kiegel hier glas bräuch den brauch ich auch ein bisschen um server ne gott sei dank war das hell oder dunkel nein ich bin nicht auf dem server jetzt hoffe es ist dunkel na you can always sleep at night ist klar ich weiß nicht es regnet aber nicht kacke miese brise davon und steck davon naja wenn man die sounds ein bisschen runter cool man kann eine remote oder pipe direkt an den assembly table anschließen ok der pumpt das direkt rein ist natürlich gut guck mal wieder auf den server regnet aber ist halt so ich war doch gesagt hast du gar nicht gelügt das wollte ich hier noch machen zack zack ach stimmt jetzt weiß ich warum ich den hier es regnet es regnet die erde wird nass jetzt bekommt der hier unten auch noch ein filter dran jeder der komplett die energie leer gelostet ja regnet ja auch das regnet gibt es keinen strom ja so dieben habe ich schon mal für die für die ja macht er ja sowieso weiter die kommen hier rein für die questdinge reicht das erstmal ja jetzt kriegt der noch ne ne vacuum chest weil die vacuum chest wird unter den scheiß nämlich rauspumpen ja so ne kackschleife hierhin na 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 insert extract reicht du bist zugange äh hier nimm loch was ich gar nicht gesehn hast nö wo ich da hinten runter gesprungen bin grad ich hab doch diese beutel die ich vorher aus der hölle mitgenommen habe genau die soll automatisch öffnen und daraus soll er mir dann die knowledge machen und die coins die daraus kommen die kreft schmilzt er hinein köfte der nuggets um und die nuggets bezüglich dinge kommen da in den keller rein warum ne faule sau mit den lasern und so willst du das auch noch mal ändern ja wahrscheinlich ne ja ja sicher laser kommen kommen glaube ich da sowieso hin aber nicht in den dimensionen also die werden größer gemacht die laser ne dafür braucht man ne request type dann machen wir es mal so nehmen wir natürlich die beste wieder noch so ein chipset ok machen wir den das ist der quatsch nicht gefunden sondern ja gut energie zufuhr ist natürlich jetzt noch nicht gegeben war ja klar obwohl 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 ich weiß wo er strom herkriegt machen wir erstmal so lassen wir das erstmal fertig machen dann machst du dir hinterher ich brauche nur eine etage tiefer gehen machen wir sie tun das wird lustig 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 tralalala vielleicht ist ein alter scheißer da 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 ihr geht einfach hier rein ich bin kein scheißer schwach aber zu einer hose ja ja also ein scheißer eine kleine hodenscheißer kleiner rosenpups nicht gemacht doch nein so umgechietelt Nein Gruntelbart Was, du bist ein Arschbart? Gruntelbart Wenn ich grad hier bin, mach mir das Hier Hey Holzkopf 1, 2, 3, 4, 5 Arschstrecke Wander schon mal zum Bett Ich lieg Du liegst in meinem Bett Geh raus aus... das ist voll gefurzt Geh weg Ja und? Ich dachte du gehst da unten Der Weg wäre weiter Hä? Ja Du warst doch da oben an der Stelle und... Nein, der Weg ist weiter Machst du aber ruhig Weil ich ja außen rumlaufen muss Und da muss ich wieder zurück außen rum Weil ich ja gerade nicht da war Sondern Leitung gelegt habe vorne Dann mach dir doch mal eine hässliche Tür hin Oder ein Tor Ach Zweite kriegen sowieso auf der Umsatz wirklich Oh mein Gott Reicht der wieder hundertprozentig fast genau Wenn wir da vorne Strom Dann... Dann sollte der... Jaaa So hat der Strom bekommen Hat er auch Einmal so... Dann die Basic da rein Dann haben wir eine Request-Pipe Normale So haben wir eine MK2 Request-Pipe Noch Leitung verstecken wieder Noch Leitung verstecken wieder Deswegen waren auch die Half-Slaps hier Gott sei Dank hier Ich hab zu wenig Schließ mir da an Öh Erstmal Provisorisch Und die anderen Half-Slaps sind Kipp Äh... Kipp Wie gesagt das ist ja alles erstmal provisorisch Da sind sie Das ist generell das meiste alles provisorisch Ja und da sind sie provisorisch Von uns Naja und gut die... Die Erztsfabrik die ist nicht provisorisch die steht schon Der... Der hat schon festen Platz Und ein Keller hat auch schon fester Platz Vieles versuche ich ja schon festen Platz zu geben Ähm... Da ist ne Spider gespawnt Zack Zack Hängen wir da hinten Hängen wir da hinten Wenn ich das mach dann... Connectet der... Ne dann hält der sich nur fest Das ist gut Hup Ist doch normalerweise Du hier Dears und so rein bestellen kannst Jetzt hör mir das klingeln Hm? Wir sehen hier nur kurzen Plopp Aber der schmeißt jetzt die ganzen Tränke Und die ganzen Coins raus Klingeling Klingeling Oh das Geräusch ist ja nervig Klingeling Hier kommt der Eiermann Gott Oh Überfluss Überfluss Ist viel zu schnell Er hat ein Magnet an Deswegen ist das rumgeschwölbt Dem da Ah der ist zu schnell Hoah Warte Warte Ich muss hier gerade den ganzen Scheiß haben Den ich noch hab Du dummdödel Es hat... Ah der hat auch noch Bachen Na okay Das muss ich ja noch alles aussitieren Hm Die lässt er nicht Wie lange dauert er eigentlich Also die Coins sollte er jetzt... Warum macht er die Coins nicht raus? Hä? Extracted Whitelist Ähm Eine... Item Conduit mit einem Itemfilter ran Setzen Ist doch schön Läuft doch Weil im Extractor hab ich noch keinen Coins reingesetzt Achso Und daraus gibt es jetzt n... Daraus gibt er Nuggets Ach da hat er es gemacht Woll mit Wie gesagt ich hab das halt erstmal provisorisch hingesetzt Weil du machst das eh noch Mal hier auf die Part klicken Ja Dann gibst du halt... Kannst du halt Redstone eingeben Probier einfach mal aus Keine Ahnung Request ein neues Stub Meinst du erstmal... Eisen Chipsets oder was weiß ich Ja Request... Einen davon Ja hier ist... Nur... Schon Redstone drin Ja Ist drinne Ja Siehst du Mhm Ist doch ganz gut So kann man das nämlich dann noch machen Ja Man kannst dir ja sagen ok Dann brauchst du halt nichts rein tun Ansonst bestellst du einfach hier seinen Stack Stack Das automatisch hier andere Items lang gehen wieder Das ist... Normal Komfort Aber der sieht halt dass er da nicht weiter kommt Dann geht er wieder zurück Und dann geht er da lang wo er lang soll Aber er füllt dann keinen Redstone nach ne? Nein macht er nicht Ok Nicht dass er sagt